Welcome to Road Rarities. Guten Tag, ich bin der Gerhard aus Regal und ich zeige euch heute meinen Transporter. Aus den 50er Jahren, genau 1954 und der ist in Ingolstadt gebaut worden. Ab 1949 hat er dann aber mal ein Festlift gekriegt, das ist schon das Festlift, hat der Motor an das gespielt. Da hat es dann noch zwei Zylinder gegeben, drei Zylinder. Ich fahre schon auf der modernen Seite. Im Prinzip ist das ganze Ding aber gleich geblieben bis zum Schluss. Da hat es natürlich auch verschiedene Ausführungen gegeben. Da hat es dann Britschenwagen gegeben, Hochdach, Metzgerwagen, Bus, Fensterbus, Lieferwagen, Postwagen mit Seitenschirvetieren. Das ist jetzt der Lieferwagen. Ja, dem zeige ich euch jetzt, wie er geht und was man da alles machen kann. Und zwar ist dieser Auto, von dem können heute manche Hersteller nur Träume. Manche werden sagen, der hat ein wenig ein komisches Gesicht. Aber die Nasen da, die hat einen ganz simplen Sinn, dass die Windschutzschirm nicht kaputt wird. Und dann bin ich schon drin, kann ich schon und auch machen oder nichts machen, weil eigentlich hat er nichts. Ich kann natürlich, wenn ich heute ein Mechaniker bin in der Werkstatt, mit drei Griff, eigentlich sind es vier Griff, kann ich das Teil wegmachen. Und dann bin ich beim Motor drin. Und jetzt kann mir nur einer sagen, ob es nur ein Auto gibt, was servicefreundlicher ist. Ja, das wird der DKW, das ist ganz der primitive DKW-Motor, von Anfang bis zum Schluss, das hat es nicht, der ist erweitert worden, die Bässe und mehr waren, aber im Prinzip waren die Autos alle gleich von der Technik her. Ja, und alles, was heute neu erfunden wird, das hat es alles schon einmal gegeben, beim DKW im Schnellluster, das hat es gegeben, das Elektrofahrzeug. Und das war alles 1953, 1954 und ist auch so verwendet worden, erfolgreich. Und dann habe ich einen Zigarettenantender, was der VW nicht hier im Messe gehabt hat, und einen Kuhliaschenbecher, da hast du den Zigaretten reingeben, und wenn das Teil früh war, dann hast du mit einem Bernettverschluss, Wasser drauf und rausgeleitet. Musik 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 Ja, der DKW, der Schnellröster, der nicht schnell ist, sondern nur schnell die Leitfahrt. Ja, DKW, zuverlässig, wie vor 60 Jahren, wenn ich Glück habe, fahre ich noch 60 Jahre damit. Danke, führt euch. Vielen Dank.